Leider, was Munition angeht, nicht so der absolute Überknaller. Aber, naja, man kann nicht alles haben. So. So, alle, die es brauchen, nachladen. Und, ja, ich würde sagen, das soll es dann für heute dann auch erstmal gewesen sein. Ja, sieht gut aus. Wir hatten sonst noch wenig Munition jetzt dabei. So. Schwupp. Ich glaube, Carlos hat hier noch. Mit der Hilfe davon sowas. Ja, das kann er tragen einfach. Miguel. Hier noch eine. Hier noch eine. Und. Hattock ebenfalls noch eine. Die nehmen wir hier mal mit. Ebenso wie das Camo-Kit. Und die Laws packen wir dann mal mit ein. Äh, da kriege ich noch eine. Also die Magic nimmt auch noch eine. Sehr gut. Das wäre damit also geschafft. Ich werde kurz noch speichern. Fuß in der Tür. Großartig. Großartig. Ich, ähm, ich, ähm, ich hab's ja letztes Mal vergessen, die Spielstände bereit zu stellen. Aber mit diesem Video werden die jetzt dabei sein. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, meinen anfänglichen Sturm nachspielen. Den, äh, hier den, wo es nach, na, den, wo es nach Ort herunter geht. Und hier dieses großartige Plänkel. Miluna. Zehn Prozent loyal. Sehr gut. Ja. Gut. Und damit verabschiede ich mich jetzt für heute und sage, ciao, vielleicht, wann geht's weiter? Vielleicht Sonntag oder irgendwann Montag oder so, ich weiß es noch nicht. Ähm, ein bisschen hab ich noch zu tun, aber mal gucken, wie es, wie es wird. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, es hat wieder mal Spaß gemacht. Und, ähm, man sieht sich. Und, ähm, man sieht, wie es wird.